Die Musik alleine schon geil. So, dann machen wir mal hier mit dem Level auch mal kurz weiter. Dann müssen wir mal ein bisschen schneller fertig werden hier. Junge, hä? Hier können wir wieder Punkte einsahnen. Einsahmen, äh, einsahnen. Pam, geh weg, geh weg. Die Punkte müssen wir natürlich auch mitnehmen. Ich sehe gerade den Ball nicht mehr. Ach da. So, ich muss mal... Uh! Leider können wir schon einen Punkt nicht mehr kriegen. Dann kümmern wir uns halt nur um diesen hier. Oh! Na, komm schon! Na gut, ist halt weg. Können wir halt nichts gegen machen. Ist halt so. So. So, jetzt bräuchten wir eigentlich nochmal so ein dickes, schönes... Bombe de Moor. Na komm, bleib ruhig da drin. Mal die ganzen Punkte in der Ecke sammeln. Und dann einmal reinziehen. Schon wieder 54 Millionen, ne? Insgesamt. Ich verstehe das nicht. So ganz. Ich dachte, das wäre immer levelbedingt. Mal gedacht, das wäre so levelbedingt, das Ganze. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geht weg. Ah, das ist halt manchmal mit Knockout. Das war natürlich nicht so toll jetzt, ne? Das war jetzt gar nicht toll, weil die kommen ja alle auf mich zu. Jetzt geht die mal alle weg hier, bitte. Ey, ey, ey. Das war nicht so toll. Das war ja ziemlich amsinnig gerade. Welt 3. Früher hieß sowas noch Level. Ich hätte ja jetzt wieder einen Powerboost. Den krieg ich schon bis dahin ein bisschen locker wieder voll. Aber, äh, geht mal hier weg. Der macht mich nämlich alle nervös. Ich lass ihn mal da oben ein bisschen rumwuseln. Ah, die Punkte sind natürlich sehr wichtig. Ah, insgesamt die Punkte man im Spiel schon ergattert hat, glaube ich, ist das. Weil ich sehe, ich bin jetzt bei 32 Milliarden. Millionen mal nicht natürlich. Und, ähm... Vielleicht schaffen wir das Level noch in diesem Part. Ich mach daraus mehrere Parts auf jeden Fall. Gebashed, Junge. Die Dinger sind natürlich ein bisschen nervig. Die halten uns total auf. Ich hoffe, die Aufnahme ist so korrekt. Sonst muss ich die ganze Scheiße noch mal von vorne machen. Na, komm schon. Na, komm schon. Mh, ein bisschen. Mal die Kurve kriegen. Jetzt haben wir nur einen getroffen. Also mir ist das gerade ein bisschen zu... Leider kannst du dir beide die Punkte natürlich aufsammeln. Mir hat das wohl gerade ein bisschen zu lang gedauert. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die einzelnen Viecher mal... ...ja, durchfallen. Zuerst weghauen. Ey, die fahren aber schnell durch. Ah, die Xen nicht so schnell wegmachen, bitte. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Wichtig sind halt, dass wir die, äh... Leben gut beibehalten. Sonst sind wir direkt... Ah, da haben wir das Thema Leben beibehalten. Ah, Kacke. Kackwurst. Da kommt schon wieder das nächste angeflogen. Nein, nein! Das, siehst du, das meinte ich mit Leben beibehalten. Meine Fresse. Voll verkackt. Na, Mama, kommen die letzten Steinchen hier noch weg. Langsam, es wird schwer, sich lang hier bei dem Spiel zu konzentrieren. Ihr seh schon, ich konnte mich jetzt nicht länger wie... ...wie zwölf, fünfzehn Minuten bei dem Spiel konzentrieren. Weil die Farben, die irritieren einen. Hier klitzelt's überall. Hier ist meine Güte. Jetzt suche ich eine Ausrede, warum ich verkacke. Na, ist ja wohl klar. So, wir müssten das... Der startet immer automatisch. Wenn man sich zu lang Zeit lässt, startet der automatisch. Ich seh jetzt grad überhaupt nichts, wer der ist, oder? Na, wir sind gleich schon wieder voll. Oh, jawoll. Jetzt hat er schön Schweif hinter sich, wie der... ...wie der Neon Cat. Du Dreck. Du Dreck-Schwein, du Dreckiges. Hättest ihn ruhig noch erwischen können zuletzt. Mensch. Hm. Bump. Oh, 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 oh. Bleib mir mal schön fern. Ich hab noch so Gegenwind. Ich seh überhaupt wieder gar nichts. Ich hasse diese Level immer. Vor allem, du kannst es hier überhaupt nicht einschätzen. Zwei Leben. Da, guck mal, dieses schwule Licht. Alter, ey. Was soll das denn? Das irritiert er noch mehr, ey. Das ist total böse gemacht, dieses Spiel. Ich schwöre euch. Hol's euch. Ohne Witz. Hol's euch. Es ist einfach nur geil. Er irritiert. Da kommt da einfach so ein Licht. Scheiße, mal. Hat er sie noch alle? Das gibt's doch wohl nicht. Da schon wieder. Also, gekonnt ignorieren einfach das Ganze, behaupte ich jetzt mal. Ah, den hättest du ja gerade mal treffen können, oder? Ah, schon wieder dran vorbei. Penner. Penner. Ganz einfach nur Penner. Junge. Oh. So, wie machen wir das jetzt? Na, haben wir schon mal eine gute Lücke gefunden. So, jetzt müssen wir gleich mal die Energie einsammeln. Da kommt schon wieder so ein Lichtstrahl. Da kommen sogar noch mehr. Junge, wenn das da schon beim Gegner kommt, dann Prostmahlzeit. Man müsste sch... Äh. Hoppala. Jetzt haben wir ein bisschen geschlafen. Jetzt war ich mich gerade über den Gedanken, nehme ich wieder woanders, da? Ich war mir in den Gedanken, ob ich diesen Boot ausprobieren soll, oder nicht. Boah, das ist natürlich jetzt sehr wichtig. Multikator. Ah, den einen hättest du noch erwischen können zuletzt. Meine Güte. So, jetzt kommt wieder ein Gegner, der super Alternative. Aber bestimmt werde ich verrecken jetzt, weil ich habe keine Ahnung immer, wie die Gegner funktionieren sollen. Also ich sehe jetzt keine Öffnung. Ich raffe das gerade so ein bisschen überhaupt nicht. Irgendwohin müssen wir wohl kontrolliert schlagen. Ich könnte auch jetzt voll den Boost anfangen. Oben ist es auch nicht. Ich habe gesagt, ob es oben ist. Nein. Dann versuchen wir halt mal unten rein zu kommen. Auch nicht. Wie geht hier außen rum, das Gewackele und Gemache? Ja, das gibt es doch nicht. Jetzt sind wir oben. Passiert auch nichts. Also wir können jetzt stundenlang hier weitermachen. Das war aber ganz oben. Wie soll denn das funktionieren? Kann mir da mal einer helfen? Ich mache jetzt hier so lange weiter, bis mir einer Sachen mal hier machen kann. Guck mal hier, ich war voll oben erwischt zum Beispiel. Das ist auch nicht. Boah, bin ich ein Vollhonk. Ich habe es rausgekriegt. Und jetzt habe ich nur noch ein Leben. Ich habe mich noch fast sowas gedacht, ey. Ja, jetzt habe ich ihn zwar wieder an da der Stelle, wo ich hin muss. Ah! Boah, der ist gar nicht so einfach, Leute. Der ist gar nicht einfach. Ja, ich weiß, dass ich da hin muss. Aber trifft ihn erstmal an der Stelle. Ist er ja getroffen. Boah! So, jetzt haben wir ein bisschen Verschnaufstpause wieder gehabt. So, jetzt können wir wieder rumdrehen, das Ganze. Der ist noch nicht... So, jetzt ist er ganz unten angekommen. Oh, jetzt schießt er noch gleichzeitig. Das ist ja auch schon mal schön. So, jetzt wieder hinbuxieren. Oh, der geht immer genau in die... In die Richtung, wo ich hin muss. Jetzt könnte ich normalerweise richtig schön treffen, aber ich habe mich schon nicht. So, jetzt. Puh. Wieder getroffen. Oh, jetzt flippt er noch schon ein bisschen mehr hin und her. Boah, in der nächsten Aktion kriegt er sie von mir. Aber wie soll man sie denn treffen damit? Gar nicht, oder was? Ich hätte mich nur halb drehen müssen, nur oder sowas. Ich weiß es ja auch nicht. Aber er macht nicht mehr lange. Er macht nicht mehr lange, Leute. Wir haben ihn gleich. Oh, es dauert jetzt noch länger, bis er sich dreht, oder was? Ah, ich hätte ihn da schon treffen können. Oh, ich glaube, das sind die letzten Züge gleich. Ja, ich versuche hier, da oben hinzukommen, Leute. Ah, du kleine Pissnäcke, die du bist. Oho, Junge, der hat es ja echt in sich. Ist zwar total billig, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich werde das Ganze ein bisschen, glaube ich... Na komm, komm. Jetzt war lauter, lauter. Ach, das gibt's doch wieder nicht. Komm schon. Komm schon. Jawoll. Ach, ich wollte doch sagen, das ist ja wohl eine harte Nuss. Halbe Stunde für gebraucht jetzt. Das gibt's doch nicht. Meine Güte, wie lange haben wir jetzt gebraucht für den einen, ey? Wir haben gerade Bonus-Level noch. Natürlich in Runden, so wie es mir am besten gefällt. Einen haben wir schon verloren. Hö, hö. Und die Lichter, die reflektieren schön. Ey. Ey, das ist assi gewesen. Das war assi. Das war gemein. Das musst du mal ehrlich zugeben, dass das gemein war. Da gibt's bestimmt auch so einen schönen Fake. Ja, ich würde mal sagen, an diesem Stelle hören wir mal auf. Ich werde den, ähm, einen Part ein bisschen was rausschneiden, damit wir nicht hier so einen, äh, so einen langen Boss-Gegner haben. Da habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass ich was rausgeschnitten habe. Ähm. Ich hoffe, das Spiel hat euch Spaß gemacht. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, kauft's euch auf jeden Fall. Ist ein super geiles Spiel. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Okay? Haut rein!